Guten Morgen, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein kleines Restaurationsvideo für euch und zwar habe ich mir vor einiger Zeit einen Beil auf Ebay Kleinanzeigen geholt, gekauft für einen Zehner. Das möchte ich heute mal hier restaurieren. Das habe ich jetzt bei dem Aufräumarbeiten wiedergefunden. Da habe ich noch ein Stück Holz Mahagoni, das hat mir der liebe Robert geschenkt. Und ja, das wird jetzt hier mal komplett erneuert. Jetzt gucke ich erstmal, dass ich das Ganze von dem Stiel hier erstmal getrennt bekomme. Dafür gehen wir jetzt rüber und klopfen das Teil erstmal runter. Okay. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.